Hallo liebe Fitnessfreunde, hallo liebe Oldies, hallo liebe Youngtimer. Wir möchten euch heute etwas nahe bringen, was man auf dem Sofa machen kann. Training auf dem Sofa. Unglaublich aber wahr. Ihr wisst ja, ich plädiere dafür ein 88 Sekunden Training zu machen, kurz, knapp, knackig. Und wenn ihr auf dem Sofa sitzt und viele von euch sitzen auf dem Sofa, vor dem Fernseher, dann könnt ihr euer Trainingsband nehmen und bewegt euch einfach hier für die Schultern, zieht es vor dem Körper auseinander, zieht es ein bisschen weiter unten auseinander, geht nach oben, bewegt euch einfach in den verschiedenen Winkeln und ihr spürt selber, wo geht das hin? Wo wirkt das hier für die Muskulatur? Und ihr seht, ich mache diese Bewegung hier mit kurzen dynamischen Auseinanderziehen, aber ihr habt auch da viele Varianten. Ich zeige das jetzt nur einmal an dieser einen Übung hier. Ihr könnt auseinanderziehen und dann 1, 2, 3 Sekunden halten. Wenn euch das zu leicht ist, dann nehmt ihr es einfach doppelt, dreifach oder vierfach und dann zieht ihr auseinander und dann 1, 2, 3, ihr seht, wie meine Muskeln wackeln, wie die angespannt sind, wie der Muskeltremor hier richtig arbeitet. Also da ist schon volle Bewegung drauf, beziehungsweise voller Druck drauf und dementsprechend wirkt das auch. 1, 2, 3 und genauso könnt ihr das natürlich auf allen Bereichen hier oben, wenn ihr hier oben zieht, 1, 2, 3 halten und dann habe ich noch eine Lieblingssache, dass man in dieser Höchstkontraktion, in dieser vollen Anspannung da einfach nur ganz kurze Bewegungen macht. 1, 2, 3, auseinander und 1, 2, 3 und wieder 1, 2, 3. Ihr könnt auch zusammen gehen, wieder auseinander, 1, 2, 3, zusammen und auseinander, 1, 2, 3. Und stellt euch vor, auf dem Sofa, ihr könnt das Ganze auf dem Sofa machen, ihr könnt euch schön zurücklehnen. Ach ja, toller Film, der da läuft. Und dann natürlich nicht direkt vor der Mattscheibe, sondern dass ihr auch noch was sehen könnt und macht ja eure Übungen. Dafür braucht ihr euch noch nicht mal umziehen und mein Appell an euch, probiert es doch einfach mal aus. Ciao und Tschüss.